Hallo ihr Lieben, es ist Christian Schimmeyer, Paterpolt, die Pump-Sychologe und so weiter und so weiter. In Hamburg, Berlin in der Nähe von München, aber ich habe eh keine Sessions im Moment, wo naja, auch egal, aber die Bootcamps gehen ja bald los, an verschiedenen Stellen in Deutschland findest du alles auf liebeschip.de und ich glaube zum Zeitpunkt dieses Videos gibt es auch mal endlich wieder seit drei Monaten den ersten Code wieder, der heißt Valentinstag 20 und bietet 20% auf alle meine Kurse. Ich schreibe es unter das Video mal, wann der genau losgeht, wann er endet, also endet er auf jeden Fall am Valentinstag. Ja, heute haben wir das Gute-Laune-Thema, sind Männer narzisstischer als Frauen und ja, wenn wir mal so auf Social Media gucken, dann, gut, mein Social Media ist immer schlechtester Ort wahrscheinlich noch sowas zu gucken, aber machen natürlich viele und wie wir alle wissen, obwohl Narzissmus ja als Diagnose rausfliegen wird aus dem ICD-11, der dann kommt, ja, so im Beziehungsbereich dominiert es natürlich, haben die ganzen Coaches in diesem Bereich mit, naja, gut, ist wie es ist. Und da herrscht natürlich häufig dieses Narrativ vor Männer, ja, also eigentlich immer wird ja auch wenig gegendert, sag ich mal, Narzissten sind eigentlich immer die Männer, nicht immer natürlich, also klar gibt es auch andere Sachen und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch bei von Männern dominierten Kanälen so dieses Narrativ, dass Frauen sind immer die Borderlinerinnen so. Und ja, ich habe mir heute mal, ja, ein bisschen Artikel zu Gemüte geführt, einen werde ich ja auch mal drunter verlinken und mit interessanten, ja, Aussagen aus der Forschung, sag ich mal, die, glaube ich, den einen oder anderen sehr überraschen werden. So, jetzt ist es natürlich so, ich muss das mal ein bisschen ausholen, uns auch mal gründlich zu machen, ist natürlich, wie war die Frage, wie misst man jetzt, ich rede jetzt mal auch weiter wieder von Narzissmus, wie misst man den und da gibt es ganz grob zwei Möglichkeiten, man kann jetzt gucken, wie oft wird der diagnostiziert so, da kann man, glaube ich, schon finden, dass, ich habe mal gelesen, Lebenszeitprävalenz, also Prävalenz heißt, über eine ganze Lebenszeit, also wie hoch ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine Diagnose bekommen könnte, da war, glaube ich, bei Männern ungefähr so 4, noch was, bei Frauen 4, noch was und bei Männern 7, noch was, okay, kann man sagen, ja, okay, ist ein bisschen mehr bei den Männern Und dann gibt es noch die Möglichkeit über Fragebögen, ich hatte ja neulich schon mal ein Video gemacht, das quietscht immer so ein bisschen, ne? Neulich schon mal ein Video gemacht über Fragebögen, die haben natürlich ja ganz eigene Probleme, ein Fragebogen ist natürlich kein richtiges diagnostisches Anamnesegespräch, wird der Fragebogen korrekt ausgefüllt? Ja, nein, also gibt es so viele Probleme mit Fragebögen, aber gut, natürlich, weil natürlich auch, wie wir ja wissen, wenn narzisstische Menschen auch überhaupt wenig diagnostiziert werden. Klar, behilft man sich mit diesen Fragebögen. Und da sind jetzt auch wohl so Metastudien gemacht worden. Also Metastudien heißt, so viele Studien zusammengefasst. Und ja, man findet da leichte Steigerungen bei Männern. Aber ich zitiere jetzt mal die Katharina Gollkes, glaube ich, von der Uni Münster, die sagt, der Vorsprung von Männern im Narzissmus wird überschätzt. Der Geschlechterunterschied ist relativ stabil über die Lebensspanne, aber nicht so groß, wie man meinen könnte. Anders als das Stereotyp vom narzisstischen Mann vermuten lässt, sind die Unterschiede eher gering. Ja, und das entspricht auch komplett meiner persönlichen Wahrnehmung. Also das ist meiner Ansicht nach ein absolutes Märchen. Die Männer, die Narzissten sind, ja. Ja, also wenn man mehr so auf, das sagt wohl auch die Forschung, mehr so auf diesen typischen, grandiosen Narzissmus kommt, ja, dann sind sie vielleicht ein bisschen mehr. Aber dafür, also kann man definitiv keine Unterschiede feststellen, was diesen vulnerablen Narzissmus angeht. Also was ist der Unterschied? Ganz grob, ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber grandioser Narzissmus ist eben, ja, also dieses ganze narzisstische Plus, sehr extrovertiert, sehr nach außen gehend, dicken Macker machend, während vulnerable Narzissmus ist auch Größenfantasien, auch ständiges Kreisen um sich, auch egozentrik, aber Kopf nach außen, introvertiert bin ich selbstbewusst daher. Und da findet man auf jeden Fall überhaupt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was das angeht. Ich zitiere mal wieder, vulnerabler Narzissmus und Neurotizismus überlappen sich stark. Wer neurotisch ist, macht sich über alles mögliche Sorgen. Beim vulnerablen Narzissmus beziehen sich die Sorgen vor allem auf die Wahrnehmung des positiven Selbstbilds. Das heißt, darauf, wie man bei anderen ankommt. Was in dem Fall allerdings Henne und was Eis, oder ob vulnerabler Narzissmus und Neurotizismus gemeinsam Ursprung haben, ist mir noch schwer zu sagen, erklärt Katharina Goikes. Das war mir auch neu, das muss ich nicht sagen, dass diese beiden Sachen so eng zusammenhängen. Neurotizismus ist ja einer von den Big Five. Ich glaube jetzt eigentlich persönlich nicht, wie es hier auch steht, dass jetzt jeder, der einen hohen Wert hat, dann automatisch narzisstisch ist, sondern Neurotizismus ist ja so eine Art negative Emotionalität. Ich will jetzt auch, man könnte jetzt dieses Video auch stundenlang verlängern. Also wenn ihr dazu Einzelthemen aus dem Video noch Fragen habt oder nochmal ein Video dazu machen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber ja, was hier so deutlich wird, ist es eben, also ich denke ja, Narzissmus hat vor allem mit dem Ego zu tun. Und dieses Ego ist halt immer nah, wenn es um Verletzungen geht, Trauma geht, was vielleicht zu einem Zeitpunkt im Leben passiert ist. Und für mich macht das schon alles Sinn. Da gibt es auch viel drüber in meinem neuen Buch, was dann im April rauskommt. Neue Dimensionen der Liebe. Und hier wird auch nochmal gesagt, was ich auch gesagt habe, genetischer Anteil an Entstehung von Persönlichkeitsstörungen wird gemein und unterschätzt. Bei der narzisstischen Persönlichkeit kann man davon ausgehen, dass er bis zu 50 Prozent, ich habe auch gelesen, bis zu 50 bis 70 Prozent erblich bedingt ist, erklärt. Herr Lammers, das ist auch so ein, jemand aus diesem Bereich, Klaas Hinrich Lammers, der oft zitiert wird. Möglicherweise legt das angeborene Temperament den Grundstand dafür, welche Art von Störung man später entwickelt. Ja, da gibt es, das habe ich auch ganz viel zu gelesen in letzter Zeit. Finde ich mega spannend. So, jetzt kommt das nächste Problem, was ja auch der Grund ist, warum Narzissmusdiagnose rausfliegt, aus den ganzen Sachen. Dass es eigentlich einen Riesenüberschnitt gibt zwischen Histrionie, Borderline hatten wir auch diese hohe Komorbidität mit Narzissmus, antisoziale Persönlichkeitsstörung sowieso. Und zwar gibt es da Forschung über einen Geschlechter-Bias, also, dass man andere Diagnosen vergibt, nur weil jemand ein Mann oder eine Frau ist. Und da ist das so, ich sehe, mal wieder legt man Fachleuten denselben Fallbericht vor und nennt den Patienten einmal Anna, einmal Paul, erhält Paul oft die Diagnose einer narzisstischen. Anna, die einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Habe ich auch Videos so gemacht, wenn euch das interessiert, Histrionie gilt auch manchmal so als weiblicher Narzissmus. Aber wie man hier sieht, ja, gibt es da einen Riesenüberschnitt. Das ist, was auch die Forschung immer nicht mag. Irgendwie, wo die auch sagt, sorry, das ist einfach, es kann einfach nicht sein, dass Frauen kriegen die Störung, Männer kriegen die Störung, das ist eigentlich das gleiche Problem. Das sind alles die Gründe, warum Narzissmus rausfliegt. Aber was wir hier wieder schön haben, was ich auch wirklich den vielen Männern immer sagen muss, die bei mir Hilfe suchen, es sind eben nicht immer die Männer. Frauen können auch knallnarzisstisch sein. Das sieht nur häufig anders aus. Wenn sie Diagnose kriegen, würden sie vielleicht eher eine andere Diagnose kriegen. Und genau, das wird eben genau thematisiert. Was hier auch steht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, finde ich auch super spannend, dass der klassische Macho, kapriziös, selbstbezogen, schnell gekränkt, dramatisch, dass der eigentlich eher eine histrionische Diagnose kriegen müsste, wenn er eine kriegen würde, als eine narzisstische. Also da sieht man schon dieses ganze Chaos und wie gesagt, deswegen fliegt es auch überall raus. Und jetzt noch zuletzt, glaube ich auch, jemand von der Uni Münster, wenn ich das hier so richtig sehe, zitiere ich auch wieder mal. Borderline galt lange Zeit als weibliches Phänomen. In der Tat erhalten wir Frauen die Diagnose. Allerdings zeigen neue Studien, dass Borderline bei Männern in annähernd gleichem Maß auftritt. Also auch das für mich überhaupt kein Wunder. Das muss man, also jetzt auch mal andersrum gesagt. Das ist natürlich Quatsch, dass immer Frauen, die Borderlinerin sind, dass, ja, bei Männern habe ich das auch schon oft gedacht, wenn ich so Storys höre. Und nur die ist tatsächlich so, da gibt es so ein Bias und die kriegen dann eher andere Labels aufgedrückt, aber nicht Borderline. Und von daher begrüße ich das extrem, sage ich jetzt noch mal an dieser Stelle, neuen ICD-11, habe ich auch ein Video dazu gemacht, verlinke ich hier vielleicht nochmal, der eben mit diesem ganzen Kram aufräumt. Ich finde es ein bisschen inkonsequent, dass die Borderline-Diagnose drin bleibt, aber gut, die ist einfach am besten abgesichert, gibt es die meiste Forschung zu. Ich werde es eigentlich konsequent gefunden, einfach alles rauszuwerfen und nur noch zu sagen, okay, wir gucken, wir benennen ganz genau die Themen, die Persönlichkeitsbereiche, wo es Probleme gibt und das ist dann auch gleichzeitig die Diagnose und machen nicht noch so dramatische Wörter dafür. Aber gut, es sind natürlich immer so Kompromisslösungen. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mal mehr solchen Content haben wollt, lasst es mich wissen oder andere Fragen, könnt ihr gerne über ein Formular auf www.liebeschip.de euch reinziehen, nutzt den Code, ihr wisst, wie lange der letzte Code her ist, drei Monate, nutzt die Gelegenheit, euch einzudecken mit lecker Kursen von mir rund um Dating, Beziehung und Liebe und noch einiges mehr und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.